Ich bin der Eiko. Ich bin der Maik. Ich bin der Veit. Wir sind stolz, oder? Wir sind rische Deutsche, geborene Deutsche. Mit unserem Verein, wir sind breit aufgestellt. Wir haben so viele Freunde. Weil wir sind organisiert. Wir sind nicht alleine. Zu uns gehören alle. Deutsch sein muss man. Deutsche Werte schützen. Deutsche Werdarbeit ist gar nicht mehr wert. Wir sind geborene Deutsche. Arische Deutsche. Genau. Das sind wir. Das sind wir. Das sind wir. Wir sind für die deutsche Wirtschaft. Wir bezahlen unsere Steuern. Wir kaufen in den kleinen Läden. Wir kaufen beim kleinen Mann. Mit den kleinen Händen in einem gelben Sack. Was brauchen wir denn da? Wir lassen uns ja überhaupt nicht vorschreiben. Eiko, setz doch mal deine Mütze ab. Wir sind radikal. Es ist einfach so, wir sind radikal. Aber wir sind dazu gezwungen worden. Wir sind die Guten. Die Ausländer, die kommen, die nehmen uns die Arbeit weg. Und die sollen alle mal mit ihren Teppischen daheim bleiben. Die wollen dann gar nicht arbeiten. Da machen die überall die Ausländerwohnheime draus. Na, dort sparen die doch. Und wer bezahlt's? Wir. Wir. Genau. Die sind nicht mehr ausgebildet. So sieht's nicht mehr aus. Die waren nicht in der Lärme. Ich hab zwar zweimal abgebrochen, aber das ist ja schon fast eine ganze. Als wären wir Menschenhasser. Und da kommt der Postbote zu mir und sagt, können Sie ein paar Geld für Schmiede annehmen? Und da sag ich, nee. Und da hab ich mir erst mal nicht auf die Fresse gehauen. Verschworen, das ist geil, aber... Wir sind friedlich. Ja. Wir müssen das Land jetzt retten. Mit Musik. Deshalb haben wir auch unsere Band gegründet. Volkssturm. Und spielen mit der Kapelle auch Auftritte. Wenn wir Probleme haben mit dem Staat, dann gehen wir einfach demonstrieren. Wir sind die, die auf die Straße gehen. Wir sind das Volk. Wir gehen raus. Wir sagen, was hier die Phase ist. Scheiße, du. Wir als Volk entscheiden, was die dort oben zu machen haben. Die können uns nicht den Mund verbieten. Merkel muss weg. Du kannst doch auch noch was machen hier an deinem Schädel. Gucke dir das an. Das war noch nicht Deutschland. Du lässt es beim Araber schneiden. An uns sollen die ja nicht verdient sein. Unsere Gemeinschaft repräsentieren das immer, was drauf ankommen will. Wir sind fürs Volk. Für die Gesellschaft sind wir. Wir sind Deutschen. So geht's ja an Menschen. Wie den Leuten. Also croisern wir beim Ab Йekhen. Wir1000 Einheiten. Wir sollen in einem visualize получается zum nächsten Mal auf der Welt. Wir fühlen Sie.